Hallo zu Videomarka 1040 und mit dabei ist die... Hallo! Ronja! Und mit dabei ist der auf meiner rechten Seite! Der Tubbs! Und mit dabei ist auch wieder der Juliam! Wisst ihr, alle von uns sind eigentlich richtig normal gebaut aus der Runde. Das ist eine kleine Dicke. Mit seinem Mini-Kopf. Und Leute, wir haben hier neue Maps, wir starten direkt durch. Wir haben Winter und Klassiktivität. Demnächst kommt Licht um einen kleinen Start. Wir starten mal Winter hier. Ich bin gespannt. Und weil so viele gefragt haben... Oh, wie sieht Checkers? Wir haben jetzt hier auch Dings Facecam in Minecraft. Voll hier. Voll winterisch aus. Wir haben jetzt alle hier... Wir haben jetzt alle Facecam. Jaja, jetzt haben wir jetzt alle Facecam hier, okay? Drei, zwei, eins und... Ich hab keine Ahnung, wo irgendwelche Kisten sind. Abgesehen von denen hier. Ich bin auch ein Schaf übrigens. Ich hab diese Map noch nie gesehen. Du bist eine Gans. Bäm, Kiste. Zack, ich bin ja so biest. Ganz kurz sagen. Wir haben ein Update. Der Schummler hat hier ein Update gemacht hier von der Map. Der Mapetwickler. Oh, ich hab Dineswirtier gefunden. Und es gibt Ult für neue Items und neue Rummen. Wie gesagt, zwei neue Maps. Also, ich bin ein übelst Halbtier. Und jeder, der uns macht nichts. Ja, das ist nur ne Kiste. Das ist kein Dings. Wenn ihr denen in die Augen schauen wollt. Äh, ja, hallo. Ich bin in der Tops. Also, Ronja, sag mal hallo. Hallo. Jo. Mei. Ey, ich bin grad, ich bin grad irgendwo in nem Stall drin oder so. Ey, aber ich find die Map mega geil. Ich bin grad hungrig. Ich bin grad... Du bist hungrig. Ist eine Mitspieler. LOL, man kann auf die Dächer rauf. Ich weiß nicht, ob's gewollt ist, aber LOL. Warte mal. Ich hab fünf Lederhosen. Okay, was gibt's hier im Shop? Gibt's was Neues? Heavy Duty, bla bla bla. Es wurden Partying gefixt, unter anderem wo's viele... Geschenk! Stimmt, man kann's einem Mitspieler ein Geschenk machen! Beschenk gerne Mitspieler! Oha! Ey, wer von euch will ein Geschenk haben? Äh, Geschenk würd ich nehmen. Äh, wer mir ein Kompliment macht, kriegt ein Geschenk, okay? Nur stinkt nicht so doll wie er immer aussieht. Toll! Okay, euer Zug, äh... Stotterfloor 44. Was? Achso. Ich hab's gar nicht verstanden. Oh mein Gott, ich find immer nur leer gelootete Kisten. Ich werd wahnsinnig. Du bist ja auch selber schuld dran. Oh, ich hab... Ich hab' mir Heimer gefunden! Ich such' die vollen, aber ich find's nicht! Oh mein Gott, Heimgang! Neue Map! Ja, find's doch mal welche! LOL! Ich... Ich... Ich hab' den Kamin von Melligen Steve gefunden! Hier ist die Ulger! Ja, Mann! Heiligen Steve! Oha! Ich hab'... Ich hab' no joke! Ich spiel' ich grad' Heimgang zum allerersten Mal! Ich hab' Melligen Heimer gefunden! Was kann man denn jetzt? Oh, ich hab' nur... Das will ich nicht! Das will ich nicht! Das will ich nicht! Aber der Woll! Der Woll! Stern! Stern! Und Loma! Ich bin doch der Woll! н! Symbol! Ich bin doch der Woll! Ich bin doch der Woll! Ah! Interessant! So funktioniert! Aha! Ich bin nicht der Woll! Ich bin doch der Woll! Flo versucht von sich abzulenken! Oh, no! Es ist die Bärer-Becke! Ja, probiert abzulenken! Probiert abzulenken! Probiert abzulenken! Ja, weißt du? Du bist doch... Du bist doch Woll! Ich so, ja okay, bin ich Danke! Ey, darf man Itemfrips abbauen nicht, gell? Nein, Flo, nein. Was darf man? Bilderrahmen abbauen. Wahrscheinlich nicht, oder? Ey, wo ist Topps? Ich seh Topps nicht. Ich auch nicht. Topps hinter mir, das erste ist der Wolf. Also ihr seht schon, Flo's rein logisches Denken ist nicht so... Ey, Ronja und Julia, wo seid ihr? Ich geb euch ein Geschenk. Ich bin in so einem oberen Turm mit vielen Kisten und unter mir ist ein Baum. Ihr mögt mich gar nicht mal so klein eigentlich, gell? Aber auch ungefähr alles sieht zu hause. Und hier außen ist Schnee. Das war richtig kompliziert hier. So, jetzt haben wir den hier noch. Ich habe kein Geld, das war ärgerlich. F steht für Freunde. U steht für Ukulele. U steht für Ukulele. U steht für Ukulele. Was? Alles sieht so gleich aus. Ah nee, hier war ich noch nicht. Gute Nachrichten, ich bin an einem neuen Ort angekommen. Einen neuen Ort bis an, kommen wir in vier Minuten noch. Der Wolf ist ultra bad, muss ich sagen. Das ist selber der Wolf. Ey, was sagen Leute? An alle, die haben bei mir zuschauen. Guck mal, was ich hab. Minus 33 Prozent nur diese Woche. Mach das mal hier. So. Wieso kann ich hier nicht rein? Ich kann da rein. Ey, wir haben jetzt hier. Ey, Tops ist auch ein eigenen Shop, gell? Ich habe einen Geheimgang von. Kannst du zusammen bestellen, gell? Ja, wenn man, also, äh, unklos. Mein Shop sind verbunden. Ja, ja, ja. Und dann kann man zum Beispiel diese Autocamp-Karte. Ich muss auch mal gucken. Oh, das ist Underweiling. Was ist? Ist es Tops? Alles klar, ich glaub dir. Oh mein Gott. Was? Alle Tops. Alle Tops. Alle Tops. Okay, ich glaub dir. Ja, ich mein. Ey, ich bin niemand. Nur keine Kisten. Ich hab keinen Nachteil davon. Oh, ich hab auch keine Ahnung. Was ist los mit euch? Oh, warte mal. Exopanzer kauf ich mir jetzt. Ich hab jetzt diesen schicken. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Julian ist tot. Julian ist es. Julian ist der Wolf. Ah, ich hab Julian nicht gesehen. Ja! Oh mein Gott! Danke! Warte, warte, warte. Okay. Hier. Was? Das war ein Geschenk. What? Das ist ganz viel Ruby-Kram. Oh mein Gott! Julian ist da vorne. Wir töten ihn jetzt. Oh, der schießt er von uns. Der schießt er von uns. Oh. Was? Oh mein Gott, Anna! Wie stark! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dieses Ding ist einfach so schade. Mega, mega. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo ein paar Kisten sind. Das hilft sehr. Alles klar. Alles klar. Okay, du bist ein Schaf. Ich bin gespannt, wer jetzt hier, äh... Tops. Tops. Was ist das? Tops der Golf. Alles klar. Tops der Wolf. Tops der Golf. Tops der Golf. Ich hab mir geholfen. Tops der Golf, geh weg. Bloß hinter mir. Ey! Tops und Wolf gebe ich den Geschenk, okay? Ey, aber ich glaub, apropos, wiederbelebnis glaube ich jetzt wirklich random. Es wird random wiederbelebnis. Also ihr müsst, äh, alle pratsachen. Ich wollte eben zur Schule teleportiert. Warte, was? Ich war voll irritiert. Ich war so, schade, ich bin tot. Und dann auf einmal war ich wieder da. Die Map will dir was sagen. Ich find keine Kisten. Wieso? Ich find, okay, ich find schon Kisten, aber keine Waffen. Ich bin die ganze Zeit Kisten. Hier sind nur die, die, die leeren Kisten hier. Ich könnte ja nichts zu leide tun. Ich hab gar nichts. Tops, äh, 22. Tops, bist du jetzt 22 oder 23? Ich bin 22. Ich weiß nicht, wer das mit 23 gesagt hat. Ich sag immer, ich sag immer aus Versehen 23. Weil ich's mich nicht merken kann. Ey, ganz ruhig. Also, die Folge kommt jetzt am Donnerstag raus, oder? Äh, ja. Was heißt, heute hab ich Geburtstag? Was? Das heißt, ich bin ab heute 20. Und Julian hat gestern Geburtstag gehabt für die Folge rauskommt. Aha. Julian hat nämlich am 12. Dezember und ich am 13. Oh nein, wirklich? Seck. Und mein anderer Bruder am 30. Also echt alles so im Dezember. Ist das bei euch auch so? Ne, mein Bruder ist im Mai. Und ich bin immer los. Wir gehen mit dem Dezember auch am 13. Es ist irgendwie, ja, es ist eine magische Weihnachtszeit. Warte mal, dass du euch Geburtstag hast. Äh, August. Im August, im August, ey. Und Toops, wann hast du? Ich, ich. Im Juni. Im April, nein. Im April. Quasi das gleiche. Ha, April. Oh, Toops bei mir. Toops bei mir. Ja, ja. Toops bei mir. Toops ist bei mir. Dann töte Toops. Weißt du, Ronja, alles klar. Wird eingeleitet. Haha, nice. Auf jetzt. Ronja, das war ein Schwert. Ja, Ronja, ich hab mich auch so unglaublich lieb. Weißt du, ich hab das Gefühl, hast du... Ich glaub, es ist Ronja, Ronja ist grad die ganze Zeit ruhig. Du überlegst dich bestimmt grad den Plan. Ich such verzweifelt Kisten. Jede einzelne Kiste, die ich finde, ist einfach leer. Jo mein, ich bin da Tobias. Ich bin so am Brodeln gerade. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hab hier fotografiert. Aua, 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 aua. Ich hatte grad keine Rüstung an. Ich hab einfach die Hälfte meines Lebens. Also... Ja, verdient. Ja, verdient. Jo mein, ich bin da Tobias. Äh, was hol ich mir denn? Ich werd wahnsinnig. Wieso ist hier nichts? Ich hab nichts. Ich hol mir... Also wenn irgendjemand einen Freakill will als Wolf, äh... Ich bin da. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich ein Diamonds-Schwert. Alles klar. Aber Flo greift mich an. Flo greift mich an. Ist es denn Flo? Kannst du's confirm? Der kämpft zurück. Ich komm, ich komm. Nein, 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 nein. Wo ist er denn? Gib mal die Koordinaten durch. Gib doch mal hier eine Position. Bei dem Marktplatz bin ich. Was soll denn der Marktplatz sein? Äh... Äh... Okay, Flo hat Fake-Schrei gemacht. Flo hat Fake-Schrei gemacht. Du hast... Ich bin beim Marktplatz gewesen. Ich bin immer noch da. Alles klar. Ich glaube... Julian, hör auf! Du bist... Du, ich weiß gar nicht. Du musst dich entscheiden, ob Flo oder... Ob Julian. Also... Torps, ich glaub dir nicht. Genau deswegen glaub ich dir nämlich nie. Weil du immer Kram erzählst. Ich erzähl kein Kram. Ich bin es wirklich nicht. Nein, nein. Ich weiß... Ich weiß, dass es Flo ist. Der kam mit dieser komischen Waffe, womit Julian mich getötet hat, kam auf mich zu geraten und wollte mich damit zu Tode kitzeln. Weißt du? Das ist halt nicht witzig. Hm. Klingt jetzt schon ziemlich witzig. Bei dem Dings... Bei dem... Boah, warte mal. Ich könnte mir, glaube ich, gleich einen Wolfstester holen. Okay, so. Was haben wir denn jetzt hier? Äh, Wolfssucher. Und dann könnte ich mal schauen, was der so sagt. Weil dann kann ich... Ich bin bereit für alles. Egal, was passiert. Ich suche die offene Konfrontation. Wir haben zu der K-Flo. 100% hofs. Nein, es ist Flo. Es ist Flo. Es ist Flo. Ich... Ich... Julian oder Flo. Also, es ist definitiv Flo. Glaubst du? Ja. Bist du dir sicher? Ich bin mir 100% sicher. Weißt du denn, wo Flo ist? Äh... Actually... Wer will in der ersten Rüstung? Also... Ich hab schon eine voll. Hallo, ah. Ich hab auch schon voll. Und das ist bei mir? Äh, lass uns mal bitte... Ah, da. Hi. Brauchst du irgendwie irgendwas? Ich hab eigentlich alles, was ich brauche. Julian, brauchst du irgendwas? Flo probiert sich irgendwie... Flo macht sich, glaube ich, unsichtbar oder so. Keine Ahnung. Warte... Warte mal, äh... Wissen wir denn, dass Flo überhaupt... Ah! Julian! Julian, Vorsicht! 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 Es war nur... Es war nur das Knockback-Schlagstock. Ja... Wenn du mich noch einmal knockbackst, dann muss ich dich töten. Das ist dir hoffentlich klar. Aber ich finde schon ein bisschen wie... Äh... Hart... Flo... Das ist dir hoffentlich klar. Warte, warte mal, Ronja. Ich hab dich grad gesehen. Du warst da hinten. Das ist schön. Hier ist Julian auch. Julian? Sehr vorsichtig. Julian, ich bin... Ich bin... Ich bin bei euch. Aua! Nicht schlagen! Fack mich doch nicht. Nein! Aus! Hey, wenn du anfängst zu schlagen, dann müssen wir dich zurückschlagen. Generell, was ist das Problem? Wenn Julian zu 50% Chance ist und uns jetzt beide geschlagen hat, dann würde ich sagen, töten wir den einfach, oder? Nein! 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 Das ist ein begründeter Verdacht. Nein! Aber Flo hat doch mit Dings auf mich geschossen. Ich weiß, dass Julian unschuldig ist. Das weiß ich aber nicht. Ich hab... Ich hab... Ich trau dir nicht, Tops. Aber... Du traust mir nicht. Peace! Okay. Du... Du bist hundertprozentig sicher, dass du nicht der... der Wolf bist, Julian. Du versprichst es. Nein, Ronja. Überleg mal logisch. Denk mal rein logisch nach. Wenn ich jetzt ein Wolf wäre, ne? Wieso denn du? Um dich geht's doch gar nicht. Ja, aber denk doch mal drüber nach. Wenn ich mir nicht sicher wäre, dass es Julian ist, dann hätte ich mit drauf gekloppt, oder? Nein! Du klopfst ganz oft nicht mit drauf. Du versteckst dich auch meist wie ein Mädchen. Also würde ich sagen, nö. Danke. Ich hab dich auch lieb. Nein, aber du weißt doch, wie ich meine, oder? Es ist einfach so... Flo hat auf mich geschossen. Ich weiß, dass es Flo ist. Flo hat den Fake-Schrei benutzt. Bist du dir da sicher? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Flo den Fake-Schrei benutzt hat. Ich töte dich gleich, wenn du hier weiter lügst. Ich lüge nicht! Ich töte dich gleich, Tops. Ich mein's erst. Weißt du was? Mach mal so. Wer hat das Schlag auf Hinterkopf? Was? Ich weiß es auch nicht. Wenn wir Flo sehen, dann töten wir ihn doch so oder so. Aber ansonsten müssen wir halt mit allem rechnen. Julian, du bist so ein Penner, weißt du das? Ich hab mir jetzt gedacht, dass jetzt Flo kommt. Ist Julian... Ne, ist Flo denn noch da? Ich glaube nicht. Ich weiß, dass Flo da ist. Ich weiß, dass Flo einfach... Da ist er! Oh mein Gott! Irgendwas ist explodiert. Er hat die Waffe! Er hat die Waffe! Oh mein Gott! Okay, wir töten Flo. Da ist er. Das ist die schlechte Waffe. Das ist nicht die gute. Wir töten ihn. Wir töten ihn. Ey, ich werde mich nicht kriegen! Ja, eine Minute noch. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Wo ist Flo? Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich glaub unsichtbar. Hier, wo bist du? Nein! Geh weg mit deinem Bogen! Nein! Ah! Wie viel hat das Ding... Wie viel hat das Ding... Wie viel hat das denn Schuss? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist so... Es ist so... Oh! Oh! Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich hab in dem Geheimgang gecampt! Ah, ich muss sagen... Ich muss sagen, das war schon eine geile Runde. Ich find aber... Das Ding ist viel zu op. Das Ding ist viel zu op. Null, was?! Du bist du jetzt nicht der aggressive Tobias! Sei aggressiv und nerv die anderen! Tobias, 20 Gold! Null, was?! Was?! Hey, ich bin der aggressiver Tobias! Äh... Guck mal, ich hab mal einen Spawn-Eck bekommen! Tobias, nerv mit deinem Mitspieler! Ich soll euch mal machen! Habt ihr das Resus-Bagall drin? Äh, ja! Okay, okay, komm, 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 komm! Dann mach ich aggressiver Tobias! Oh Gott! Ich muss hier grad noch was looten! Oh mein Gott! Okay, ich mach's nachher bei euch! Okay, aber ich bin scharf! Ich würd sagen, äh... Ich bin auch scharf, tatsächlich! Ich bin scharf! Das glaub ich nicht! Wieso nicht? Weil jetzt war Tobias, äh, äh... War Julian oder Tobias ist die erste Runde? Ja, was ist das? Ich mach' ich mach' ich mach' Julian, okay, das heißt, okay, okay, dann dieses 100% Tobias. Ey, das ergibt keinen Sinn, denn das ist zufällig! 100%! Da, die war in der Schule! Hier ist Dings, die Julia! Ey, ich will's aggressiver Tobias testen! Ja, mach doch! Ronne ist bei mir! Ronne ist bei dir! Oh mein Gott, das heißt Ronne ist Wolf! Ronja, Ronja ist Wolf! Ich töte das Ronja! Versuch's doch! Versuch's doch, Tobias! Oh! Julian! Julian ist das! Ja? Nein, du bist du's! Ey, hör auf mich zu schlagen! Ja, ich töte jetzt einen von euch beiden, äh... Wer ist das Erste, was ich mal kochen? Ey, Tobias hat ja gesagt, ob wir jemanden töten, das heißt, er ist der Wolf! Alles klar! Wissen wir Bescheid! Ja, immer bin ich der Böse! Hier ist die... Flo, meine ich! Oh, der andere redet die Schule raus! 100%! Ja, okay! Flo redet sich raus! 100% ist es Tops! Das war einfach nur Zombie, oder? Warte mal! Hast du gehört? Ja, du geschrien so... Was? Ey, der macht sogar Top-Sound, gell? Der aggressive Tobias! Was? Oh mein Gott, ich hab so viele Steinschwerter, was... Ey, hör auf den, mach mal lauter! Was ist das für ein... Warte mal... Oh mein Gott! Jackpot! Wo sie die anderen beschäftigt sind mit... Ey, war's nicht! Nein! Ja! So, warte, was? Ey, richtig keine Runde besangen! Oh mein Gott! Das ist immer Tobias ja mal mega geil! Ich hab... Das ist immer Tobias! Oh mein... Ist ja hier was drin? Hurra! Sag mal, einmal Haus in seinem ganzen Leben... Ähm... Äh... Nix! Ich hab grad nix gefunden! Nö! Aha! Ey, wann, ihr macht das Damage? Ey, ey, ey! Ja! Wie viel Damage? Wie viel? Sag ich dir nicht! Ey, komm, ich hab mal mach den... Ich hab mal mach den Infinity Gauntlet! Das ist ja schön! Jo! Macht der was? Ein halbes Leben! Ernst doch? Den Gauntlet! Den Gauntlet! Den Gauntlet! Jumaii! Flo, es sieht verdächtig nach einem Wolf-Item aus! Bist du vielleicht der Wolf? Es ist kein Wolf-Item! Es war der Kiste immer am Spawn drin! Interessant! Was safe? Flo, also wirklich glauben tu ich dir das jetzt nicht, aber... Wie soll ich mit Wolf-Item haben, wenn ich... Weil du Wolf bist! Und keine Items habe! Weil du Wolf bist! Weil du Wolf bist! Oh, ich bin dich! Aha! Wir brauchen neue Items übrigens, mach mal Vorschläge, was wir 10.000 Likes noch einfügen sollen! Äh... Äh... Wie soll ich dich rollen dürfen, Anzaki? Hiiii! Ja, genau, genau! Hiiii! So, 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 so 10 Mal pro Sekunde! Hiiii! Oh Gott! Hiiii! 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 Oh mein Gott! Die Häuser sind rot! Aha! Oh mein Gott! Der Schnee ist gelb! Was? Das ist, äh... Nicht gut! Wo seid ihr denn? Ich find niemanden! Ey, warte mal! Flo ist jeden Tag gelben Schnee. Eine Portion gelben Schnee am Tag. Weißt du was Flo mag? Ich glaube es ist roten Schnee! Aha! Das ist... Mit Kinderpusten, genau! Hier ist Flo! Warte, Flo! Ich hab nen Helm für dich, komm! Ich bin ein guter Mitspieler! Oh, nice! Ist das nur ein Lederhelm? Ich hab ne Hose für dich! Ich hab ne Hose für dich! Ja, Mann! Nice! Mach's jetzt viel Damage? Äh, ne! Wirklich nur ein halbes Herz! Äh, ne! Ein halbes Herz! Jo! Mal! Was passiert? Ah! Oh Gott! Wieso kämpft ihr miteinander? Ich bin... Hey! 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 Ich hab' ganz viel Geld! Hier! Und Rubine und Emeralds! Ey! Was kann ich mir noch kaufen? Für 35 Emeralds! Geschenk! Ronny, ich mach dir Geschenk! Okay! Holy... Ist da viel drin! Ja, aber das ist... Ey! Du hast alles geklaut! Meine Stimme klaut! Doch! Doch! Du hast alles geklaut! Okay, ja! Ich geb dir ne Rubine dafür! Oh! Ja! Weil du mich hier beklaut hast! Flo! Okay! Es war nicht Ronja! Oh nein! Ich hab Slonis! Oh nein! Ey! Wenn man jetzt ein Schaf... Wenn man ein Schaf und ein anderer Schaf tötet, dann kriegt man Slonis, gell! So, das war's dann auch für diese Folge von Minecraft Wolf! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ja, dann lasst einen Daumen hoch, da unten einen Kommentar! Und schreibt... Schreibt, welche Rolle ihr euch noch wünscht! Bis zum nächsten Mal! Ciao!